Wir werden natürlich parallel dazu weiter in der Antragsberatung voranschreiben. Ich lese euch jetzt vor... Eure richtige Entscheidung, den Mindestlohn im vergangenen Jahr, einen Sonderfonds im Grundgesetz. Wir müssen die Transformationsaufgaben, die durch die Krisen noch akuter geworden sind... ...bei Ihren Anstrengungen für die Zukunft der Türkei. Ich freue mich, dass er hier ist und später ein Grußwort halten wird. Ganz herzlich willkommen, östür, östür. Applaus Liebe Genossinnen und Genossen, wie angekündigt, gut darfst du das Thema Inklusion. Wir schließen mit diesen Anträgen an unser Sozialstaatsrecht, an ein echtes Erfolgsmodell, sozusagen an die Wohlfahrtsvereine und an Werde. Werde hat zusammen mit der Abo, dem VVD, der Diakonier, dem VdK und dem Volkskommissarität, den Qualitätern nochmal ein klar... Viele der betroffenen Frauen, denen aktuell... Auch bedanken bei euch für die gute Zusammenarbeit, die zwischen mir und der Parteiführung... Und wer ein bisschen in den Geschichtsbüchern dieser Republik blättert, der wird feststellen... Und wir haben vieles unternommen, um dann erfolgreich zu sein bei der Bundestagswahl. Einen Erfolg zu erreichen, den uns niemand dient...